Außer der, der bereut und der glaubt und Gutes tut, so werden ihm alle seine schlechten Taten zu guten Taten umgewandelt. Und Allah Azzawajal ist der Allvergebende, der Barmherzige. Und die Gelehrten des Tafsir haben zwei Erklärungen zu dieser Ayah. Die erste ist, wenn du damals Schlechtes gemacht hast, wird Allah dich eine ähnliche Tat im Guten machen lassen. So berichtet Ibn Abbas über diese Ayah. Er sagt, Allah Azzawajal meint hiermit die Gläubigen. Bevor sie Gläubige wurden, haben sie schlechte Taten gemacht. Daraufhin wollte Allah, dass sie anstattdessen gute Taten verrichten. Was meint das? Das meint, wie Saeed Ibn Jubair sagte, früher haben sie Götzen angebetet, jetzt beten sie Allah Azzawajal an. Und früher haben sie Frauen geheiratet, die nicht für sie erlaubt waren? Oder hatten sie als Freundin, jetzt sind ihre Frauen wer? Die muslimischen Frauen. Die zweite Bedeutung, liebe Geschwister, ist, dass Allah tatsächlich aus jeder Sünde, was macht, eine gute Tat. So heißt es in einer authentischen Überlieferung, dass der Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam sagte, am Tage der Auferstehung wird ein Mann hergebracht. Dann wird zu ihm gesagt, breitet alle seine kleinen Sünden aus, aber alle großen Sünden, die dieser Mann gemacht hat, werden zurückgehalten, versteckt gehalten. Er sieht sie nicht. Dann wird gesagt, hast du nicht diese und jene Sünde gemacht? Und er wird auf jede einzelne Sünde hingewiesen. Was passiert bei ihm? Und jetzt hat er Angst, dass bis jetzt nur, über was gesprochen wurde? Über seine kleinen Sünden. Aber was wurde noch nicht angesprochen? Seine großen Sünden. Er macht sich Sorge. Dann wird gesagt, gibt ihn für eine jede kleine Sünde, die er gemacht hat. Vielleicht sind es 100.000, vielleicht 200.000, vielleicht eine Million. Wandelt sie um in gute Tat. Und als er gehört hat, dass Allah befohlen hat, dass eine jede kleine Sünde zu einer guten Tat umgewandelt wird, sagte er, ich habe noch viele Sünden, die ich noch gar nicht gesehen habe hier vor mir. Dann hat der Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam gelacht, als er diese Überlieferung erzählt hat. Und deswegen lachen wir auch. Subhanallah. Überlegt mal, er war gerade noch in Angst und Sorge. Ein paar gezählte Minuten hat sich sein ganzes Blatt gewendet. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig ist.